Seht ihr den kleineren Breiten da hinten mit dem Rucksack? Ich glaube, ich glaube, das ist unser Mann. Hey, alles klar? Ja, gut. Du siehst auf jeden Fall sehr athletisch aus und wir suchen jemanden, dem wir eine Free Bowl anbieten können. Du musst uns dafür irgendwas Cooles zeigen. Wie sieht's aus? Okay. Kannst du was? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was kommt denn da jetzt? Damn! Du hast wirklich einen Backflip gemacht. Wir haben auf jeden Fall Glück mit den Leuten. Ich würde sagen, du hast dir deine Free Bowl jetzt erstmal verdient. Wir gehen erstmal rein. Let's go! Hast du dir schon überlegt, was du haben möchtest? Ich nehme was mit Lachs und Avocado und Berry Moana. Alles klar, Bestellung wird aufgenommen. Let's go! So, mein Lieber, hier ist deine Bowl und hier ist dein Smoothie. Oh, Mann. Ich würde mal sagen, lass es dir schmecken. Piu!